Hallo, mein Name ist Andrea und ich möchte euch heute unser Projekt Zusammenhelfen in Oberösterreich vorstellen. Zusammenhelfen in Oberösterreich ist die Anlaufstelle für Menschen, die sich für geflüchtete Menschen engagieren. Im Bereich um Flucht, Asyl und Integration sind freiwillig engagierte Menschen nicht wegzudenken. Sie leisten täglich wichtige Arbeit für ein Zusammenleben, das von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt ist. Zusammenhelfen in Oberösterreich bietet ein breites Unterstützungsangebot wie den Expertinnenpool, der Weiterbildungsmöglichkeiten zu verschiedenen Themen rund um Flucht, Asyl und Integration zur Verfügung stellt. In diesem Zusammenhang bietet Zusammenhelfen in Oberösterreich auch Supervision und Coaching für Freiwillige an. Zusätzlich steht neben dem Infotelefon auch eine Rechtsinfo zur Verfügung. Der Filmverleih ermöglicht es Vereinen, Gemeinden oder freiwilligen Plattformen aktuelle Filme zu einschlägigen Themen auszuleihen, öffentlich zu zeigen und so einen Begegnungsfilm zu veranstalten. Unsere Veranstaltungen für Freiwillige erstrecken sich von großen Events wie Vielfalt in Concert bis hin zu kleinen Veranstaltungen in einem geschützten Bereich wie unserem Dialogkreis zusammensprechen, in dem es um den Erfahrungsaustausch von freiwillig engagierten Menschen geht. Wenn ihr jetzt mehr über uns erfahren wollt, dann besucht unsere Website www.zusammen-helfen.at oder ihr schreibt uns an info at zusammen-helfen.at. Wir freuen uns!